Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es Sonntag 7 Uhr morgens und ich bin noch wach, schon wach, immer noch wach, Gedönsel und muss ein bisschen die Zeit totschlagen. Hab jetzt so ein bisschen vorgearbeitet schon und hab mir jetzt gedacht, machst du mal ein Hangout. Einen schönen, gemütlichen Frag-CK-Hangout, einen gemütlichen Lava-Stails, liebe Freunde. Und ich hab mir auch schon direkt zwei Themen rausgesucht, um erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, um so ein bisschen anzufangen. Ja, ich glaub anzufangen ist genau das richtige Thema, denn ich bin bald weg, liebe Freunde. Ich bin bald wieder weg, um genau zu sein, am Freitag. Freitag fliege ich zum Massive und zum Benny. Der Benny, LP Massive, ein Kollege, Freund, Streamer, YouTuber, der auf Phuket lebt. Phuket, Thailand und ich werde zu ihm fliegen und hab ihn Anfang des Jahres kennengelernt bzw. getroffen. Und wir haben uns gut verstanden und da haben wir uns gedacht, hey, da können wir doch mal ein bisschen mehr draus machen. Und wie gesagt, Freitag, wenn ich zu ihm fliegen bin, bin dann insgesamt ein bisschen mehr als drei Wochen bei ihm im Gast. Am 1. August kommt der Robert nach. Und dann wird richtig, dann geht's richtig ab, Freunde. Dann geht's richtig ab. Weil dann, ja, wird noch mehr getaucht. Ich hab schon mit einer Tauchschule Kontakt aufgenommen. Wir haben auch schon so ein bisschen mit denen gequatscht, hab so ein bisschen gefragt, so hey, was ist möglich? Und ich denke mal, dass ich alleine mit Robert zusammen, jetzt muss ich nochmal eben kurz nachschauen, ich rufe mal eben kurz die Seite auf, dass wir insgesamt auf jeden Fall eine Menge Tauchpartien machen werden. Hier ist es jetzt. Wir werden auf jeden Fall, so schätze ich, 18 Tauchgänge zusammen machen in sechs Tagen. Also es ist vollkommen eine Action mit Nachttauchgang ist dabei. Für diejenigen, die es interessiert, ich labere jetzt ein bisschen weiter, nachher komme ich noch zu einer Videoantwort, zum Montes Video. Ich hab mir gerade eben das Video auf dem Spontana Black Kanal angeschaut, komme ich aber gleich zu. Jetzt erstmal kurz nochmal ein bisschen, was ich auf jeden Fall vorhabe. Es gibt dort, wird angeboten, einmal eine vier Tage Phuket Tagestour. Klingt komisch, heißt aber so. Elf Tauchgänge insgesamt. Vier Tage, elf Tauchgänge. Shark Point, Anamon Reef, Kodok Mai, Ratscherei, Ratschanoi, Maidon und Pipi-Insel. Ganz auf jeden Fall mega cool, so klingt es zumindest. Und dann werde ich, zumindest habe ich das mit Robert so besprochen, werden wir einen zusätzlichen Tauchtag machen. Und zwar zwei Tage und eine Nacht. Das heißt, wir machen Nachttauchgänge. Das Ganze soll ziemlich, ziemlich geil sein. Man fährt also zu den Pipi-Inseln, oder ja, Pipi-Islands heißen die. Und dort am Shark Point, Anamon Reef, King Cruiser und Kodok Mai. Die habe ich eben auch schon erwähnt. Aber da macht man auch noch Nachttauchgänge. Das heißt, man geht wirklich, wenn es dunkel ist, unter Wasser und sieht dort ein bisschen was anderes. Was ich mir von der Unterwasserwelt von Thailand erhoffe, ich würde es mir wirklich wünschen, so einen mega großen, 13 Meter langen Walhai zu sehen, das fände ich ziemlich geil. Oder Mondfische, fände ich gierig. Aber man muss dazu sagen, die Saison ist auch gerade so ein bisschen, ja, du brauchst ein bisschen Glück. Also man hat die Möglichkeit, Mantas zu sehen und man muss sehr viel Glück haben. Und, ja, schauen wir mal, ob wir da was Großes auf jeden Fall vor die Linse kriegen. Ich werde auf jeden Fall mein komplettes Kamera-Equipment mitnehmen. Ich werde, was will ich mitnehmen? Habt ihr ja auch mal gefragt. Das ist meine derzeitige Kamera. Das ist die Sony Alpha 6300 mit einem rote VideoMic Stereo, glaube ich, heißt das? VideoMic? ProMic? Keine Ahnung. Und kann man dann halt so halten. Ich brauche jetzt nur noch einen vernünftigen Akku für das Mikrofon. Und dann ist die eigentlich soweit ansatzbereit. Diese Kamera werde ich mitnehmen für Landschaftsaufnahmen, für geile, wie heißt es, so Landschaftsaufnahmen, Timelapse-Aufnahmen. Vielleicht so Monkey Hill, wo man wirklich sehr scharfe Aufnahmen von irgendwelchen Tieren machen kann, so mit Fell und so einem Gedönsel. Da werde ich die mitnehmen. Ansonsten für so kleine Aktionen, wenn wir, was weiß ich, zum Beispiel ein bisschen Party machen gehen, da kommt die hier mit. Das ist die Canon G7X. Mit oben so einem kleinen Puschel drauf. Kann man sich dann halt schön selber sehen. Zum Vloggen, ganz klar, die Legria. Und für die Unterwasseraufnahmen, da hätte ich mir ein Gehäuse für die Sony Alpha kaufen können. Das kostet aber 1.400, 1.500 Euro. Und so ein professioneller Filmer bin ich jetzt noch nicht. Die Tauchschule, bei der wir wahrscheinlich, oder der Dive-Shop, mit dem wir wahrscheinlich die Ausflüge machen werden. Der Kollege hat mir schon gesagt, ich habe mit dem geschrieben. Ich habe eine Ausbildung in Unterwasser-Cinematiografie und habe drei Monate als Unterwasserkameramann gearbeitet. Also, da kann ein bisschen was rauskommen. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Es wird täglich Sherlock Holmes kommen. Ich weiß, der eine oder andere mag das gar nicht so. Ich finde es aber, muss ich ehrlich sagen, ziemlich, ziemlich geil. Mir macht das eine Menge Spaß. Ich habe eine Menge Bock auf Sherlock Holmes. Das wird täglich kommen. Es wird ein bisschen Klatsch, den Nikes kommen. Das ist eine FIFA-Serie, wo wir so lange FIFA spielen, bis er gewinnt. Kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Das haben wir aufgenommen. Ein paar Folgen Trials habe ich aufgenommen. Meinen Senf werde ich wahrscheinlich aus Thailand aufnehmen. Ansonsten so ein bisschen zwischendurch. Ein bisschen Fickt euch, ihr Hacker haben wir auch ein bisschen vorproduziert. Leider noch nicht mit Monte. Ich wollte eigentlich, Monte hat auch schon mehrmals gesagt, er will mit dabei sein irgendwie bei Fickt euch, ihr Hacker. Das Problem ist, wir haben damals irgendwie, was weiß ich, ein paar Folgen aufgenommen. Da war er irgendwie wahrscheinlich im Bett oder so. Es war drei Uhr morgens. Ist jetzt nicht die Zeit, wo ich irgendwie gerne bei jemandem anrufe und sage, hey Monte, Bock auf eine Aufnahme. Ich hoffe, dass wir noch zwei, drei Folgen Mario aufnehmen können. Dass ihr so mindestens einmal die Woche eine schöne Runde Mario bekommt. Das fände ich ziemlich geil. Und ansonsten wird alles live kommen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, zumindest habe ich es so vor. Ich werde eine Menge Equipment mitnehmen. Ich werde mein A-Ware Notebook mitnehmen. Ich werde eine Webcam mitnehmen. Massive hat Mikrofone und alles für mich da. Und ich habe vor, von dort auf Twitch zu streamen und mit euch einen interaktiven Stream zu führen. Das heißt, ihr könnt quasi bestimmen, was soll ich erleben, was soll ich machen. Natürlich wird Tauchen ein wichtiger Bestandteil sein. Ich hoffe, dass ich Massive zumindest überreden kann, zumindest mal mitzublubbern. Er hat schon gesagt, er guckt sich das mal an und schaut mal. Er weiß es allerdings noch nicht. Man muss auch ehrlich sagen, Tauchen ist jetzt nicht so, wo man Leute zu zwingen sollte. Das muss freiwillig kommen. Und wenn er keinen Bock hat oder so vollstes Verständnis für, ich bin ja auch alt genug, dass ich da alleine rumrennen kann. Und wenn da irgendeiner kommt, kriegt der eine. So, des Weiteren. Videoantwort zu Monte. Habe ich im Titel geschrieben. Monte hat auf seinem Kanal von SpontanerBlack88 ein Video gemacht, wo er gesagt hat, rest in peace, COD. Link zu dem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich wollte an dieser Stelle mal so ein bisschen was machen. Er sagte so, hat so ein bisschen über die Entwicklung gesprochen mit Scaf-Controller etc. Und er sagte, dass er halt nie so der krasse Gameplayerspieler war, sodass er eigentlich nicht so dafür verantwortlich gemacht werden kann. Das Problem ist, dafür können wir auch gar nicht so dermaßen verantwortlich gezogen werden. Und wenn ich mal daran denke, wie die COD-Entwicklung stattgefunden hat. Wir waren damals auf YouTube, da gab es einen Monte auf YouTube noch nicht, da gab es noch keinen Allotwigs. So die ganzen Anfänge. Selbst wo ich noch nicht mal mit YouTube dabei war, war schon die Messlatte bei einem Frei für alle so ein, ich sag mal 30 zu 5. Das war damals so die erste Messlatte. Es gab eigentlich sehr selten Videos, die, ja wie soll ich am besten beschreiben, die schlechter waren. So ein 30, 5 frei für alle. Oder vielleicht mal doch ein 30, 8 oder 30, 10 gab es damals auch. So und dann ist das Ganze so ein bisschen angestiegen worden. Ich habe damals gesagt, so für mich, ich möchte, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Eine 3er KD, 30 zu 10, irgendwie sowas. Und dann fing das Ganze an, dann kam so die erste Nuke. Dann waren so die ersten Nuklear-Gameplays, die ersten Nuke-Gameplays in Modern Warfare 2 kamen an. Und das war schon was Besonderes. Und dann fing es an, dass die Leute gesagt haben, ey, mit der TAR-21 eine Nuklear ist mir zu langweilig. Ich nehme die Spaß. Und dann alle, Alter, nur mit der Spaß hat der eine Nuke gerissen. Gut, quasi bis zum Harrier hat er sich erkämpft, also sprich die 7 Kills. Hat dann den Chopper gerne oder die A30 rausgeholt, vielleicht danach nochmal ein, zwei Kills gemacht und das war's. Aber das war damals wow. Das war wirklich wow. Man hing davor, man hat mitgefiebert und dachte, Alter, wie geil, wie heftig. Und das war für damalige Verhältnisse, war es krass. Und es gab damals keine, ich sag mal, guten Spieler. Muss man wirklich so sagen. Es gab keine guten Spieler. Es gab nur Casuals. Es gab nur irgendwelche Bobs. Wir waren alle Bobs. Wir sind da rumgerannt, ohne Scheiß. Ich würde liebend gerne euch zeigen, was wir damals für eine Scheiße gemacht haben. Ich hab's leider nicht mehr. Aber das Ganze fing an sich zu, ich nenne es mal vorsichtig, zu professionalisieren. Ein Asiadi hat auf einmal eine Double Nuke gemacht. Eine Double Nuclear. Das war krass. Dann kam, ich weiß gar nicht, wer die Triple damals gemacht hat. Und dann kam Carsten, also Eldotrix, mit der Quad Nuke. Damals hat Carsten noch nicht kommentiert. Damals kam ich von der AIDA wieder. Kabum rief mich, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Tagen an. Alter, da ist ein Typ, der hat eine Quad Nuke hoch erspielt. Die musst du kommentieren. Die musst du kommentieren. Der will, dass du die kommentierst. Daraufhin habe ich damals die Quad Nuke von Eldotrix kommentiert. Und so hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und so ist es immer heftiger geworden. Es gab so dieses Streben nach mehr. Es gab das Streben nach der Perfektion. Das Streben nach hohen Gameplays etc. Und das Ganze hat sich dann, ist quasi so seinen Lauf genommen. Die Spieler wurden besser. Es fing damals an. Damals war von Kabum der beste Tipp. Holt euch ein Headset. Mal ganz ehrlich. Was ist denn heute der beste Tipp? Holt euch einen Scaf-Controller. Holt euch einen Monitor mit einer Millisekunde. Holt euch eine, was weiß ich, eine vernünftige Internetleitung. Es geht immer mehr danach, es zu perfektionieren. Und dieses, ich nenne es mal, Tryharden etc. Da will ich jetzt noch nicht mal irgendeinem anderen YouTuber das Ganze in die Schuhe schieben. Das Problem ist, dass alles aufeinander abgezielt ist. Das Problem ist, dass die Community rund um YouTube, sowohl Spieler als auch Zuschauer, das Ganze so haben möchten. Die möchten halt dieses Noobs-Bashen sehen in einer gewissen Art und Weise. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ich weiß noch damals, als ich Black Ops 1, als wir das bekommen haben, Kabum, ein paar Kollegen, wir haben Black Ops 1 so dermaßen anfangs gesuchtet, haben dann die ganze Zeit diese Satcoms rausgehauen. Das war wie so eine Dauerdrohne, das war quasi wie der erste Orbi. Und haben die Gegner zerfickt damit und waren total happy. So geil, die können gar nichts, die Nauhands, man hat es gefeiert. Muss man ganz ehrlich sagen, Hand auf Herz, ich habe es gefeiert. Noobs zu zerstören, das war mir scheißegal, ob das irgendwelche Noobs waren oder nicht. Aber das Problem ist, diese Kurve ist richtig stahl hochgegangen. Damals war der erste Asiali, wo alle gedacht haben, ach du Scheiße, Alter, dann kam Carsten, dann kam, da gab es ja noch andere, Masi X, die kam dann noch, Solution war immer irgendwie mit dabei. Tesco kam, dann kam Marcel, dann kam der Barca, dann kam der Apo. Die kamen ja alle so irgendwie, tuk, 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 tuk. So, und so wird es auch in Zukunft bleiben. Es werden immer wieder neue Spieler kommen, immer krassere Spieler, immer heftigere Spieler. Und es wird für die, ich sag mal, eingesessen, wird es immer schwieriger, sich zu beweisen. Weshalb? Die Jungs, die sagen, ey, ich habe gar keinen Bock mehr, mir hier einen Arsch abzuschwitzen. Ich mache ein paar Lifestyle-Vlogs. Und gehen halt in diese Richtung. Das ist so meine Meinung. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich mache den ganzen Scheiß hier jetzt seit fast, ja, nicht ganz, sechs Jahren. In drei Monaten habe ich mein sechsjähriges Jubiläum. Sechs Jahre YouTube. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte in dieser gesamten Zeit nur COD gebracht, dann würden hier jetzt meine Füße baumeln in der Webcam und mein Kopf wäre da oben irgendwie an einem Geigen. Hätte ich es nicht schaffen können. Ohne Trials, ohne gewisse Let's Plays wie Uncharted, ohne auch Battlefield. Ich hätte es nicht schaffen können. Keine, nicht mal Ansatzweise Chance. Aber FIFA würde ich einen Hals kriegen. Deshalb habe ich mich damals entschieden, so, hey, vielleicht hast du das Ganze mal ein bisschen auf. Einfach, weil ich auch selber vom Spielertyp her gar nicht die Zeit und Lust habe, so dermaßen viel Zeit in ein einziges Spiel zu ballern, weil mir viel zu schnell langweilig wird. Ich hänge dann da und denke so, boah. Vor allen Dingen, ich werde auch abgefuckt von der Zeit. Nicht nur von mir selber, von den Spielern. Es gibt so viele Faktoren. Wichtigste zum Beispiel für einen Shooter ist die Connection, meiner Meinung nach. Wenn die Connection schon scheiße ist, macht der ganze Shooter überhaupt keinen Bock. Dann hängst du da und denkst so, boah, nee, geht mal gar nicht. Habe ich mir überhaupt keinen Bock drauf. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit irgendwie, ich sag mal, unfair stirbst, hast du keinen Bock drauf. Was machst du? Die Scheiße aus. Damit fängt es an. Natürlich gibt es andere Punkte. Du hast fast die ganzen Schwitzer, pipapo. Natürlich schiebst du es auch gerne mal auf schlechte Teammates. Dass du selber vielleicht nicht gerade der Beste bist, ist auch okay. Dann wirst du abgefuckt und wechselst das Spiel. Bams. Und hüpfst dann so von Spielchen zu Spielchen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Genauso ist es aber umgekehrt. Du siehst im Video, das habe ich zum Beispiel häufig, wenn ich irgendwelche Gas-Gameplays nehme. Ich gehe dann so, wenn ihr übrigens ein Gas-Gameplay habt, dann schaut in eine Videobeschreibung, jetzt nicht gerade hier vom Fraxie-K-Video, sondern irgendeine Videobeschreibung, außer ein Fraxie-K-Hangout. Und in der Videobeschreibung findet ihr etwas weiter unten eine Anleitung, wie ihr mir Gas-Gameplays schicken könnt. So, und ich gehe dann diese Gas-Gameplays durch, schaue mir die an und dann sehe ich da, was weiß ich, Modern Warfare 2. Gucke mir das an und denke so, boah, da ist immer richtig Bock, das Spiel reinzuwerfen, zu zocken. Und in fünf Minuten könntest du schon wieder den Controller nach Usbekistan werfen und einfach, was weiß ich, du könntest es ausrasten, weil es sich einfach wieder abfuckt. Und deswegen, allein deswegen brauche ich schon diese Abwechslung. Und momentan finde ich, ist die Abwechslung gut. Momentan habe ich eine Menge Spiele, auf die ich Bock habe. Ich habe eine Menge Spiele, die mich unterhalten, die mich begeistern. Und die ich gerne spiele. Was auch irgendwie, und jetzt gehen wir weiter, was auch irgendwie mir so einen neuen Mut gegeben hat. Neuen Mut für YouTube. Ich hatte Anfang Januar, Februar, hatte ich so meine YouTube-Depression. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mir ging YouTube auf den Sack. Ich muss sagen, mir geht es auch, ich werde heute was machen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber ich möchte es machen, weil es mich ankotzt. Ich hatte meine YouTube-Depression. Ich habe diese YouTube-Entwicklung gesehen und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Ist das deren Ernst? Schämen die sich nicht dafür, irgendwie für den Content, den sie hochladen? Ob es jetzt eine Katja ist, ob es irgendwelche Fake-Pranks sind, ob es ein Mert ist, der irgendwie, was weiß ich, da irgendeinen Driss verzapft und irgendwie seine Abonnenten anlügt. Und die Krönung des Ganzen, sorry, die Krönung des Ganzen ist für mich ein Leo Machère. Da denke ich mir, egal was der Typ sagt, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das ist, wenn der eine Frau wäre, ich glaube, der hätte eine Matratze am Rücken. Der hätte eine Matratze auf dem Rücken geschnallt und würde sich die ganze Zeit nur durchknattern lassen für Kohle. Also, wie man, es tut mir leid, dass ich jetzt so reden muss, aber es geht mir wirklich gerade richtig auf den Sack. Nachdem ich heute dieses Video gesehen habe von Pokémon, da ohne Scheiß, wo irgendein Typ ins Wasser fällt, wo ich mir so denke, ehrlich, da gibst du da irgendeinem Typen, was weiß ich, einen Hunderter, sagst, ey, ich bin Leo Machère, hüpf mal ins Wasser und kriegst einen Hunderter. Zieh dich ein bisschen blöd anverkleidet, wir ziehen dich hier raus. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. So würdelosen Content zu produzieren, und sorry, das ist für mich würdelos, das ist für mich mit, und das sage ich jetzt bewusst, mit null Liebe zu YouTube. Das ist mit Liebe für Kohle, mit Liebe für Aufrufe. Ihr könnt das Video disliken, ihr könnt ein dummes Kommentar unterschreiben, das ist scheißegal, das interessiert nicht. Das Problem ist, dass dieses Video Aufrufe bekommt, und da gehöre ich jetzt auch zu, weil ich auch nochmal für dieses Video jetzt hier Werbung mache. Das ist das Problem, was mich vielleicht stört, das ist aber das, wie YouTube momentan funktioniert. Und negative Werbung ist auch Werbung, und das stimmt leider immer und immer wieder. Und wenn ich, ich habe gestern einen Tweet verfasst, ich habe das Video von Julian Bam gesehen, das Pokémon Go in Real Life. Und wenn man sieht, was der Knabe da mit seinen Freunden, mit seinen Arbeitskollegen auf die Beine gestellt hat, und jedes Mal für Videos für produziert. Ich habe gestern getweetet, wenn ich die Videos von Ju sehe, dann sind wir alle nicht würdig, mit ihm auf dieser Plattform zu sein. Und das ist leider wirklich so. Das ist leider wirklich so. Das ist eine komplett andere Messlatte. Jetzt kann man sagen, okay, der hat ein Team dahinter irgendwie, die unterstützen ihn, pipapo. Aber sorry, no chance. Das, was der Typ sich erarbeitet hat, Hammer. Und wenn ich da auf der anderen Seite sehe, wie sich da einer hinsetzt und euch verarscht. Der eine produziert wirklich Videos mit Liebe, mit Tiefgründigkeit, mit einer unwahrscheinlichen Liebe und Energie für euch. Und der andere verarscht euch. Der will wirklich nur diese negative Werbung, die Klicks haben. Das widert mich an. Das ekelt mich an. Solche Menschen ekeln mich an. Und deswegen sage ich euch das heute. Weil ich einfach mal, ja. Das war damals ein Grund für meine YouTube-Depression. Gebe ich zu. Ich hing da und habe mir gedacht, so alter Finder. Vielleicht war es auch ein bisschen hier mit Klicklos und bla 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 bla. Seien wir mal ganz ehrlich. Ich habe knapp 160 Millionen Gesamtaufrufe. Wer das getoppt hat, kann mich gerne Klicklos nennen. Kann ich gerne machen. Ich will jetzt auch nicht wieder mit dem Thema Klicklos anfangen. Das mache ich ja in jeder Folge. Weil ich irgendwie versuche, die Leute wach zu rütteln möchte. Aber das kannst du ja gar nicht. Weil wo nichts ist, kannst du nichts rütteln. Vakuum oben, ne? So, aber Lirumlarum. Die YouTube-Depression. Ich ging dann da und dachte mir so, boah, meine Fresse. Du hast gar keinen Bock mehr. Ich habe mich sehr aufs Streaming konzentriert. Habe dort eine richtig geile Community mir aufgebaut. Die klein und fein ist. Und mit der ich Spaß habe. Und was mir gefällt. Und ich möchte mich hier auch mal bei dieser gesamten Community, bei den ganzen Leuten, die mich die ganzen Jahre über dem Stream unterstützt haben, die mir zugeschaut haben, die mit mir interagiert haben, die auch einfach nur stillschweigend da waren. Ich möchte mich mal bei euch bedanken, weil ihr auch dazu beigetragen habt, dass ich neue Motivation gefressen habe. Neuen Bock habe. Weil ich habe echt, ich habe richtig Bock wieder auf YouTube. Ich missachte diese ganzen Spastis nicht, sondern kümmere mich ein bisschen mehr um meine Nase. Und gucke, dass das Ganze vernünftig läuft. Und damit geht es mir wesentlich besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Dieses Ganze YouTube sehe ich jetzt von einer anderen Sichtweise. Ich möchte für mich wieder den Spaß entwickeln. Beziehungsweise das mache ich momentan. Und ich habe wieder Spaß an YouTube. Ich habe wieder Spaß, irgendwie ein bisschen rumzubasteln. Irgendwie was. Und wenn ich dann wie gestern so ein Video hochlade, knapp zwei Stunden Battlefield, und dieses Video kriegt nur ein paar Aufrufe. Ja gut, alles klar. Ja, super. Freue ich mich. Und da freue ich mich wirklich drüber. Und das gefällt mir. Das ist momentan so ein bisschen für mich der, für mich neue Spirit. So, und wenn ich diesen ganzen Beef, ich sage es jetzt mal hier, egal mit wem ich irgendwie mal Beef hatte, ich möchte kein Beef auf YouTube haben. Es tut mir leid, wenn es da mal was mit Cookies gab. Es tut mir leid, wenn es da mal was mit Stay gab. Mit wem auch immer. Ich möchte kein Beef haben. Ich habe meine Meinung zu ein paar Konsorten gesagt. Die können hochladen, was sie wollen. Ich werde es nicht verhindern können. Das ist wie Scheiße. Millionen fliegen, fliegen halt auf die Scheiße. Und freuen sich. Und sagen, jööö. Aber ich will diese Fliegen gar nicht als, diese Fliegen will ich gar nicht anlocken. Ne? So. Und, ähm, lieber die Millionen fliegen dahin. Und ich kriege die coolen, die Wespen. Sowas. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und, scheiß Beispiel. Aber egal. Das meine ich einfach. Ich möchte kein Beef haben. Auch mit Stay damals. An dieser Stelle auch hier nochmal. Entschuldigung bei Stay. Mit Cookies habe ich mich schon versöhnt. Ich möchte es nur nochmal bei Stay machen. Ich hoffe, dass ich ihn, ähm, auf der Gamescom mal so am Mittwoch irgendwie so hinter Kulissen treffe, ohne dass er irgendwie Abonnenten sind. Einfach mal mich mit ihm austauschen kann. Ähm. Weil mal ehrlich. Dieser ganze Beef-Scheiß oder so. Brauche ich nicht mehr. Keinen Bock drauf. Und, äh, ja. Ihr merkt schon. Ich bin schon im Urlaubs-Mojo. Ich bin schon quasi da hinten auf dem Steg mit der Tauchausrüstung. Yeah. Mach die Arschbombe rein und habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock. Und ich bin richtig relaxed. Dann kommt die erste Frage. Hast du keine Angst, dass was passieren kann? Ich nehme mal an, dass du damit den Nachttauchgang meinst. Oder überhaupt die Tauchgänge. Ähm. Ich bin jemand, der kurz bevor er tauchen geht, alles nochmal durchgeht. Was kann passieren? Und wie sollte ich dann reagieren? Was weiß ich zum Beispiel bei einem Nachttauchgang? Gut. Alles von der Atmung her. Wenn meine Atmungregel auswählt, das gehe ich alles durch. Bis hin zu was passiert, wenn ich von einer Seeschlange gebissen werde? Was passiert, wenn ich mit einem Feuerfisch, äh, was weiß ich, wenn ich den berühre? So. Hand nicht in, äh, mit Süßwasser ausspülen, in Salzwasser hängen, runterkommen, ins Krankenhaus, alles easy. So. Und dann muss halt das nur in einer Extremsituation, wenn es passiert, auch durchführen. Ähm. Angst habe ich nicht. Respekt. Und ich bin gespannt, wie es ist, unter oder bei Nacht zu tauchen. So. Dann auch eine gute Frage. Denkst du, dass Battlefield 1 das Potenzial dazu hat, sich im E-Sport-Bereich einen Namen zu machen? Äh, und gäbe es eine Community dafür? Das ist momentan ein großes Problem. Die, die, äh, Spiele sollen entwickelt werden für, ich sag mal, beides. Es sollen einmal normale Casuals Bock auf so ein Spiel haben. Und, was, was noch, äh, ähm, was noch viel schlimmer ist, ähm, was noch viel schlimmer ist, E-Sport soll doch mit integriert werden. Und das beides in einem Spiel am besten. Das ist, finde ich, relativ unmöglich. Was heißt relativ unmöglich? Aber es ist sehr schwierig. Weil du hast Leute, die sagen, ich spiele zwar gut, aber auf E-Sport habe ich keinen Bock, weil da kann ich die Leute, ich sag mal übertrieben gesagt, nicht zerficken. Wenn du, ähm, ein skillbasiertes Matchmaking hast, dann gehen die Leute hin und machen dieses Reverse Boosting, wo sie halt eine enorm negative KD haben, um mal dieses, dieses Noob-Spaion machen zu können. Ähm, man sollte, wenn, sowas, einen kompletten Titel entwickeln, dass man sagt, ey, das ist nur COD Competitive. das ist nur Battlefield Competitive, wo es nur wirklich darauf abzielt, wo gewisse Sachen gar nicht erst drin sind. Das im Spiel zu integrieren, das finde ich recht schwierig, weil man da, ähm, also es ist, ich weiß nicht, ob ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Battlefield 1 jetzt, äh, den Competitive-Schritt gehen wird oder auch überhaupt das Interesse hat. Klar ist, E-Sport momentan, ich sag mal so, ein bisschen auf dem Vormarsch, vielleicht sogar auch gewesen. Ich meine, jetzt seht ihr, Overwatch gibt es, gibt es, soll jetzt so E-Sport-mäßig aufgezogen werden. Ich kann mir das bei Battlefield sehr schwer vorstellen, einfach weil es auch so große Teams sind. Das kann ich mir irgendwie, das passt irgendwie für mich noch nicht so. COD kann ich noch sagen, ja, hm, die haben es versucht, ähm, mit C-Loss 1 fing das Ganze ja so ein bisschen an, um das so in der YouTuber-Welt so ein bisschen bekannt zu machen. Das hat ja auch erst guten Einklang gefunden. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ich glaube nicht, ähm, dafür ist COD viel zu schnelllebig. das ist ein weiterer Punkt. Jedes Jahr ein neuer, neuer COD-Teil, ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch irgendwie, äh, negativ das Ganze ist. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, ist es, ist es vorteilhaft, dass COD jedes Jahr quasi neu rauskommt für den Competitive-Bereich oder nicht? Have you ever been to the USA? Yeah, a few times. West Coast, East Coast, Vegas. Hm, wo war man? Panzerfahren. Ähm, Minneapolis? Moment, wo war ich denn? Panzerfahren. UFA. Ja, Minneapolis. Wo war man da? Wo war ich denn da? Wo war ich denn da? Rosemont, I think. Ja. Gibt es etwas in deiner Vergangenheit, was du vermisst, was aber leider nicht mehr so sein wird, wie es mal war? Ja, dadurch, dass meine Mutter gestorben ist. Ähm, das wird niemals so sein. Also ich vermisse vieles. Ich vermisse allein, dass meine Mutter, ähm, meine, meine Videos bewertet, dass sie überhaupt meine Arbeit bewertet, dass ich ein Feedback von meiner Mutter kriege, äh, zu dem, was ich mache. Das ist ohne Scheiß. Das fehlt mir eigentlich so am meisten auch die Kritik, ähm, auch vielleicht so ein bisschen Lob. Ähm, das fehlt mir enorm. Des Weiteren, die Stimme vermisse ich enorm. Es sind so viele Sachen einfach, ne? Also ohne Scheiß, wenn ihr euch mit euren Eltern, äh, versteht, was ja heutzutage auch nicht immer leider der Fall ist, aber wenn ihr euch mit euren Eltern versteht, äh, genießt die Zeit. Ich kann es nicht oft genug sagen, sorry, aber macht Videoaufnahmen. Ich habe in meinem heftigsten Video darüber versprochen, ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter klingt. Schnappt euch euer Handy und macht kleine Aufnahmen. Hey Mutter, sag mal irgendwas. Auch wenn die schon abgefuckt ist, bis zum Gehtemal, weil du das 17. Mal unter die Nase hältst, mach es. Genau deswegen habe ich auch die Videos mit meinem Opa gemacht. Das klingt total komisch, aber für mich werden diese Videos von meinem Opa, ich habe die sechs Mal auf verschiedene Arten und Weisen gespeichert. Dass egal, was passiert, dass ich die habe, ich zahle monatlich Geld dafür, dass die Videos von meinem Opa sicher sind. Weil wenn mein Opa irgendwann nicht mehr ist, dann habe ich diese kleinen drei Videos von ihm, vielleicht kommen noch ein paar mehr, die für mich so eine geile Erinnerung werden. Vielleicht nicht, nachdem er direkt gestorben ist, aber fünf, zehn, fünfzehn Jahre später. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Macht Videoaufnahmen. Monte hat es ja auch gemacht. Monte ist klug. Machst du die, Monte? Spielst du Pokémon Go? Ja, aber nicht so exzessiv wie einige andere. Also ich bin jetzt Level Level 8. Ich glaube, mein Stärkster ist ein Hypno. Hast du eigentlich Interesse an Wrestling? Früher habe ich mir Wrestling häufig angeschaut. So die ganzen alten, die ganz alten Zeiten. So Hulk Ogun, Yokozuna, Lex Luger, Sid Justice, Owen und Bret Hart, Randy Savage, der Ultimate Warrior. Das war meine Wrestling-Zeit. Habe das dann noch so ein bisschen mitverfolgt, so Undertaker und bla 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 bla. Aber habe irgendwann so, das war glaube ich so die erste Enttäuschung, als ich gehört habe, dass das alles eine Show ist. Das war so die erste Was? Wie? Nein. Guck mal, die bluten noch und alles. Und dann, nee, es ist alles Show. Und dann ist das so, es ist eine coole Show, gar keine Frage. Also ich möchte es nicht in Frage stellen. Aber das hat irgendwie für mich so ein bisschen was kaputt gemacht. Ich würde momentan wesentlich eher die UFC verfolgen. Habe auch den Fight Pass, aber ich komme eigentlich zu selten dazu. Ich habe auch jetzt die UFC 200 noch nicht gesehen. Das finde ich wesentlich interessanter. Oder ein Kollege von mir ist internationaler deutscher Meister im Halbweltergewicht im Boxen. Das schaue ich mir halt wirklich gerne an. Was hältst du von CSGO oder dem Hass zwischen CSGO und CSGO? COD und CSGO? Was halte ich von CSGO? Es ist krass, was CSGO über die Jahre hinweg für eine Akzeptanz und für ein Interesse von Spielern hat. Finde ich krass. Ich mag es nicht. Es ist jetzt nicht mein Spiel. Ich hasse es nicht. Mich interessiert es halt einfach nicht. Das ist jetzt nicht, dass ich es hasse. Geben das, worauf er Bock hat. Heißt das jetzt auch, du distanzierst dich von den neuen CODs? Allein in meiner Position kann ich mich gar nicht davon richtig distanzieren. Genau wie Advanced Warfare. Ich werde es mir holen, ich werde spielen und ich werde schauen, wie es mir gefällt. Es kann sein, ohne Scheiß, es kann sein, dass Infinite Warfare abgeht wie Schmitz Katze. Ich glaube es nicht, aber es kann doch sein. Und ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. Genauso wie Modern Warfare 1 Remastered gebe ich auch eine Chance. Genauso wie Battlefield 1 gebe ich auch eine Chance. Es gibt andere Spiele, denen gebe ich keine Chance. Vielleicht überrascht es mich. So, aber Battlefield 1 habe ich gespielt, die anderen Spiele noch nicht. Kann ich nicht zu sagen. Battlefield 1 gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allem, wenn man denkt, das ist jetzt die Closed Alpha und was die Closed Alpha für eine für eine Qualität liefert. Bombe. So. Dann kommt hier die Frage, was was hast du für einen PC? Also, ich habe ein Alienware Area 51 mit freundlicher Unterstützung von Alienware. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist da drin? In dem Möhrchen befindet sich ein i7 5820K Prozessor. Dazu 32 GB DDR4 RAM. Dazu eine GTX Titan Z. Ganz wichtig. Jetzt kommen viele Leute und fragen, warum ist in deinem Ding eine GTX Titan Z und nicht zwei GTX 980 Ti oder 3 oder zwei GTX 1080. Warum ist da drin eine Titan Z? Die GTX 980 Ti auch im Verbund sind zum Zocken da. Die Titan Z ist zum Renderen da. Videobearbeitung mit dem Ding ist wesentlich geiler. Ein Sherlock Holmes Video mit einer GTX 980 braucht bei meiner Einstellung 25, 30 Minuten zu rennen mit der GTX 980 ungefähr. Mit der Titan Z vier Minuten. Macht sich dann schon bemerkbar, dass man dann halt in einem Spiel ein paar kleinere Problemchen hat. Gut. Was heißt ich meine das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Ich bin mega zufrieden mit dem Ding. Ich habe das Ding zum Renderen. Ich spiele eh nicht so dermaßen viel auf dem PC. Wie gesagt für mich ist der PC zum Streamen da und zum Renderen. Ich habe hier auch noch eine GTX 980 rumfliegen. Die werde ich irgendwann verlosen. Ich weiß noch nicht ich denke mal soll ich die so zum Weihnachtsgedönse hin verlosen? Mal schauen. Warum denkst du hat sich CSGO so im E-Sport durchgesetzt und andere Spiele nicht? Meine Meinung ich denke weil CSGO sehr lange auf dem Markt ist immer ein bisschen weiterentwickelt worden ist durch die Community die Community es enorm akzeptiert hat die Community mit das ist jetzt auch so ein Punkt mit Skins unterhalten worden ist nicht angefüttert oder so wirklich unterhalten worden also die Leute die Bock drauf hatten hatten halt die Möglichkeit und das ist glaube ich ein enormer Vorteil ich glaube wenn du ich glaube ganz ehrlich ich werde von COD überflutet mir kommt es wirklich so vor dass COD wirklich so einen ganzen Blu-ray Stapel auf mich oder CD Stapel auf mich fallen lässt und einfach so erschlagen wirst wenn du Modern Warfare 2 nimmst und du hättest das Spiel du hättest was weiß ich gewisse Glitches rausgenommen wie damals auch Fuel dass du in den Stein gehen konntest und so einen Scheiß und du hättest es vielleicht so gemacht dass die Maps nicht ganz so teuer sind du hättest darauf geachtet dass die Hacker gekickt werden oder gebannt werden ich glaube es hätte gar nicht erstmal Black Ops 1 gebraucht ich finde dieses jedes Jahr neues COD der Rhythmus ist mir zu schnell der Rhythmus ist mir zu schnell hinzu kommt ich habe jetzt gerade so gerade kein Bock auf BO3 warum ist das so weil die Maps das hat mir zu lange gedauert ganz ehrlich wenn du wenn du ein Spiel hast und du bekommst das Spiel neu willst du es zocken ich muss ganz ehrlich sagen ich kann glaube ich nach einem Monat könnte ich schon das erste DLC gebrauchen wenn du es viel spielst und von mir ist auch lieber mehr Maps also klar sie wollen die DLCs machen mir geht es auch um Sack dass diese Maps aufgearbeitet werden das ist ich finde das zerstört irgendwie ein bisschen auch den 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 Charme eines Spiels ich will Raid nicht in Black Ops 3 haben ich will Nuketown nicht in Black Ops 3 haben gut das ist meine Meinung ich weiß es gibt viele da draußen die sagen hey was wäre das so eine Nuketown pipapo aber ich möchte diese Erinnerung haben Raid gehört da für mich in Terminal gehört für mich in MW2 Scrapyard gehört für mich in MW2 und nicht irgendwie in einer nachgemachten gereworkten Scheiße in Ghost rein oder so wisst ihr was ich meine das zerstört für mich so ein bisschen den Charme der alten Map und ist für mich ich weiß nicht keine Ahnung hinzu kommt dass wenn du eine Map nicht magst ist direkt alles im Arsch zum Beispiel ich mochte Hijacked überhaupt nicht so jetzt ist sie neu wieder mit drin ja super besten Dank ich als Caster von Ligaspielen in CS kann sagen dass es sehr mies ist wenn Spiele wenn Spiele Franchise jedes Jahr neue Spiele rausbringen Alon Heuse fragt können wir mal zocken viele Leute wollen mich in der Freundesliste haben oder mit mir zocken du hast die Möglichkeit geben ich FIFA zu spielen beispielsweise wenn du in einem Stream bist und du hast 500 Amina Coins das ist meine In-Stream Währung die du bekommst indem du aktiv bist und ja findest du dass ein Schlafrhythmus auf die Gesundheit eines Menschen Einfluss hat auch wenn man 5 Stunden Schlaf hat definitiv hat ein Schlafrhythmus Einfluss auf die Gesundheit des Menschen Ich hab damals so zu meiner Primetime immer diese 14-15 Minuten Schläfe gemacht um wieder fit zu werden weil ich einfach keine Zeit hatte mehrere Stunden zu pennen und hab mich dann mit meinen Teamkollegen immer abgewechselt und so in einer Stunde konntest du wenn du Glück hattest zweimal pennen einfach damit du wieder die Energie tankst aber du musstest dann irgendwann so nach 5-6 Tagen musstest du dann auf jeden Fall mal den Schlaf nachholen das hast du enorm gemerkt das würde ich auch glaube ich heutzutage gar nicht mehr hinkriegen weil ich einfach gar nicht an diese Belastungsgrenze gar nicht mehr rankommen würde Was hältst du vom Angeln? Angeln ist gar nicht meins Also mich an den Reihen setzen die Fresse halten geht klar aber Angeln brauche ich nicht ich lasse die Fische lieber im im Gewässer und schaue mir sie von unten an was ich zum Beispiel auch ziemlich krass finde beim Tauchen ich habe echt immer gedacht die Fische haben Angst so du gehst unter Wasser du blubberst da rum und schwimmst auf so einem Fisch zu und ich habe gedacht die wären viel scheuer die würden sich direkt so scheiße Mensch und hauen ab im Gegenteil du bist einer von denen gut ich bin ein dicker einer von denen und ein dickes Viehchen irgendwie aber die hängen da unter Wasser oh guck mal ein dicker Krieger blub 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 die lassen sich so gar nicht stören wenn du die berühren willst oder so wenn du so immer so dann hauen sie ab so gut machst du jetzt nicht bei einem Feuerfisch oder bei einer Morena hängst du auch nicht so guti 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 das machst du nicht bei einem Hai solltest du es auch nicht machen aber es ist wirklich phänomenal und ich bin gespannt eventuell wenn alles wenn etwas funktioniert sagen wir es mal so dann werde ich euch dieses Jahr noch Videos zeigen können wie ich mit einem weißen Hai tauche oder mit Bullenhaien Hammerhaien Tigerhaien also Menschenfressenden Haien wenn etwas klappt ich würde es gerne machen ich würde es gerne machen einfach wegen diesem Adrenalinschluss auch mit einer gehörigen Portion Respekt aber ich habe Bock drauf und wenn das also einfach einfach nur nicht wissen worum es geht aber einfach nur Daumen drücken und die Leute die es wissen ihr braucht es jetzt auch nicht schreiben einfach nur Daumen drücken das reicht mir schon hast du Interesse an einem Streamerturnier in CSGO mit über 25 Streamern nein ich weiß nicht ob du gerade eben nicht zugehört hast aber CSGO interessiert mich nicht also da können auch 1000 Streamer sein ist genau wie wenn du mich jetzt fragen willst du League of Legends interessiert mich auch nicht gibt es private Personen in deinem Leben die schlecht über dein Hobby und zugleich Beruf reden wenn ja wie sieht deren Meinung aus es gibt eine Person die mit dem was ich mache die sagt okay du machst es zumindest noch so auf eine halbwegs vernünftige Art und Weise sie kennt auch die anderen YouTuber so teilweise und heißt das aber nicht gut so mach was anständiges so nach dem Motto auf der anderen Seite findet sie es aber gut dass ich meine Reichweite nutze um über ähm um über positive Sachen zu reden oder um um Leute auf einen auf den richtigen Weg zu holen das wiederum auf der anderen Seite findet sie gut was ich äh ja wo ich mir so ein bisschen ihren Segen geholt habe aber ansonsten ist sie definitiv nicht auf äh auf meiner Seite jetzt muss ich mal gerade gucken ob ich das überhaupt hochgeladen habe oder ob ich das aus Versehen ich glaube nämlich ich hab's äh hab ich's überhaupt hochgeladen muss ich eben kurz vergucken ich glaube nämlich ich hab das nicht hochgeladen ne dann hab ich das mal eben gelöscht äh egal aufgeschissen weil ich hab ein schönes Video dazu gemacht ähm das ist äh das war so quasi in Anhängung an das an das Selbstmordvideo so da 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 was erwartest du von FIFA 17 Zwecks Dritte Liga und Verbesserung des Games Dritte Liga ist mir scheißegal Fortuna hat die zweite Liga geschafft und ich hab selber keinen Bock mit der Fortuna zu spielen ich bin ein Freund und Investor des Ultimate Teams das heißt ich bin so ziemlich sicher dass ich schon wieder im FIFA 17 ähm ein paar ein paar tausend Euro reinbuttern werde gehe ich gehe ich einfach mal so von aus also schätze ich mal warum weil FIFA ist ja nicht dumm die Jungs wissen ja was zu machen und sie machen ihren Job muss man ja wirklich sagen sie machen ihn gut das heißt ähm ich hab beim Lars habe ich die Tage drüber gequatscht zum Beispiel Pro Club Pro Club ja gut kann man spielen aber sagen wir mal ganz ehrlich die beste Steuerung das beste Spielgefühl dem meisten Spaß hat man doch im Ultimate Team oder die Spielgeschwindigkeit ist vernünftig die Spieler sind nicht die größten Missgeburten die irgendwie den Ball verstolpern sondern das ist eigentlich der Modus der von FIFA am meisten Spaß macht egal was du jetzt erstmal so grob für ein Team machst Problem ist um diese Teams mit einem hochwertigen Namen zu bekommen musst du FC-Kreditkarte glühen lassen das heißt die Kreditkarte muss da ordentliche Schmauchspuren ziehen und ähm ich finde es schade dass man hier einfach da ein bisschen ähm kürzer tritt dass man nicht gewisse Garantien einbaut dass wenn man sagt okay du ballerst jetzt ich will nicht wissen wie viel Monte da drin hat beispielsweise oder andere YouTuber aber ähm ich kann sagen ich habe mir nie Coins gekauft ich habe da bare Münze reingeholt und bare Euros und es ist eine Frechheit letztendlich was man für sein Geld bekommt ich finde die die Quote könnte besser sein ja gut dann wird der Marktplatz halt dann gehen die Preise ein bisschen kaputt und wenn es nicht ich sag jetzt mal keine Ahnung 1000 Ronaldos gibt es sondern 10.000 dann werden die Preise auch ein bisschen günstiger und äh man freut sich auch mal mehr in einem Päckchen dass man selber mal was hat und sieht immer oh der hat es gerissen und äh nochmal ein hunderter rein und ich meine wenn man eine gewisse Summe reinsteckt sollte man etwas garantiert bekommen mir würde es schon reichen wenn ich die Garantie bekomme dass ich keinen Spieler doppelt ziehen kann das würde mir schon reichen ich glaube in Monta auch ähm kennst du Reist und was hältst du davon dass er einen eigenen Film macht und sich einen Traum erfüllt ich kenne ihn nicht persönlich ich habe ihn damals halt so ein bisschen mit Unge gesehen ist jetzt keiner wo ich sage yo interessiert mich verfolge ich irgendwie weil dafür ist er für meinen Geschmack zu jung und macht zu jungen Videos ohne no offense äh aber wenn jemand sich Träume erfüllt finde ich es cool und gerade wenn man jetzt die Möglichkeit hat ich bin jetzt auch davor ich habe es auch gestern auf Twitter gepostet mein großer Traum ist es ja mit freilebenden Orca-Walen zu tauchen das heißt mit so einer Taucherausrüstung zu blubbern und diese Tiere real zu sehen das ist mein Traum und vielleicht kann ich mir nächstes Jahr schon erfüllen und danach ohne Scheiß bin ich bereit für den Tod kann sofort kann kommen hier kann klingeln sag ich jo komm wir gehen mir egal ob Himmel Hölle gib mir was zu trinken ab geht's dann kann ich dankbar abtreten ist mir egal was kommt das möchte ich aber gerne noch erleben und diesen Traum möchte ich mir gerne noch erfüllen Scheiß auf eine Million Abonnenten Scheiß auf was weiß ich keine Ahnung mit Orcas tauchen danach I don't give a shit mir egal das wäre das ist mein Traum jo Krieger glaubst du dass so manche Verschwörungstheorien wahr sind beziehungsweise uns normalen Bürgern viel verschwiegen wird ich glaube schon dass uns viel verschwiegen wird ich habe auch heute gehört hier so mit der Türkei dass er sogar das selber gemacht hat und 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 es gibt auch Verschwörungstheorien an die ich glaube es gibt auch Verschwörungstheorien an die ich nicht glaube es kommt immer so ein bisschen auf die Beweise an auf die Gegenbeweise pipapo das ist schon ja wie soll ich am besten beschreiben Grüße gehen raus keine Ahnung es gibt manche Sachen an die glaube ich es gibt manche Sachen an die glaube ich nicht aber ob ich daran glaube oder nicht mein Leben wird sich dadurch jetzt nicht ändern oder ich sage jetzt nicht boah ich muss jetzt danach Forschung betreiben manche Sachen will ich auch gar nicht wissen ich glaube uns wird viel verheimlicht allein wenn du schon so denkst was weiß ich keine Ahnung Area 51 keine Ahnung was da liegt keine Ahnung was da abgegangen ist will ich das aber denn wissen muss ich das wissen ich glaube ich finde es manchmal gut dass man nicht alles weiß das Problem ist dass vieles auch von den Medien so aufgepusht wird bis zum Gätenmeer dass da so ein Megadrama draus passiert das finde ich einfach weiß ich nicht keine Ahnung schon ein bisschen pervers irgendwie wie viel Platin Trophäen hast du eigentlich keine Ahnung ich bin kein Trophäenjäger ich habe die Trophäen deaktiviert ist mir scheißegal ob das da blinkt sie haben eine Trophäe verdient hierfür und dafür interessiert mich überhaupt nicht was passiert wenn dich zufällig ein Orca attackiert habe ich noch im Bauch oder auch zwei oder drei und ich habe gar keinen Bauch mehr abnehmen 3000 lass dich vom Orca beißen an der richtigen Stelle also keine Ahnung wenn mich ein Orca glaube ich anknabbert ich glaube das war es dann aber gut dann ist das so also da bin ich ich weiß nicht keine Ahnung ich habe nicht das Gefühl gerade jetzt auch wo ich so ein bisschen das Leben unter Wasser gesehen habe Orca sind keine Tiere die jetzt wahllos alles mögliche töten was ihnen vor die Schnauze kommt ich glaube dass ich das überleben werde ich hoffe es ansonsten wird es ein cooles Video ja da müsst ihr den den dicken Playbutton müsst ihr dann entweder nach oben oder nach unten liefern Debi Fimon schönen guten Tag Grüße wieder Halle 8 wir bringen dir diesmal was mit uiuiui ähm ja aber ich weiß noch nicht wann also Samstag ist auch die Frage Gamescom ich bin ja jetzt erstmal ein paar Tage weg beziehungsweise ich komme am äh he he ich freue mich so dermaßen ich komme am 13. wieder und am 17. ist die Gamescom das heißt ich komme richtig wie so ein kleiner Schoko komme ich auf die Gamescom äh hoffentlich also ich werde schon so den einen oder anderen Sonnenstrahl an diesen voluminesen Körper lassen ähm werde so ein bisschen da die Höhlensonne hier reflektieren also wenn es richtig hell wird bei Nacht dann wisst ihr der Krieger hat gerade seine Pocke seine weiße Pocke in die Sonne gehalten und die Reflexion am Mond die sorgt dafür dass bei euch in der Nacht so hell ist ähm auf jeden Fall ich werde jeden Tag auf der Gamescom sein am Mittwoch werde ich A mit zwei Abonnenten äh auf der Gamescom sein des weiteren wird es noch von Battlefield das werde ich jetzt noch die Woche ähm mit dem Gamma und mit dem Sebastian Moritz bekakeln wie ihr die Möglichkeit habt ähm diesen Tag hinter den Kulissen zu gewinnen da werde ich euch auch mitnehmen ähm ja ähm ähm Samstag werde ich nur einen halben Tag auf der Gamescom sein die andere Hälfte des Tages werde ich mit der engen Community zusammenhängen weil es gibt viele Leute die sagen ey ich will auf der Gamescom den Krieger treffen beziehungsweise ich komm äh nach Köln um den Krieger zu treffen und ich will den Leuten auf jeden Fall die Chance geben dass ich mit denen Zeit verbringe dass ich mit euch labern kann dass ich mit euch quatschen kann und nicht irgendwie ja hier ist ein Autogramm verpiss dich so nach dem Motto so wie es auf der Gamescom ist deshalb sage ich ich gehe äh Samstag Nachmittag bin ich nicht mehr auf der Gamescom sondern es gibt einen Ort wo wir uns treffen und ähm wenn ihr wissen wollt wo das ist dann kommt mal ab und zu in den Livestream dort wird das ähm dort werdet ihr den Ort äh erfahren und dort sind wir dann ich sag jetzt mal unter uns dort habt ihr die Möglichkeit ja mit mir so einen Nachmittag zu verbringen äh in einer ich denke mal ruhigeren chilligeren in einer Atmosphäre für die Leute die wirklich an der Person Commander Krieger interessiert sind und nicht einfach nur in einer dummen Unterschrift oder an einem an einem Foto äh dass sie so irgendwie mal vorbeigehen erhaschen wollen weil da einfach mal eine große Gruppe ist das ist halt so leider der Punkt auf der Gamescom du stehst halt da machst halt deine Fotos und dann äh wer ist denn das da stehen viele Leute rum ach machen wir auch mal ein Foto mit dem und diese Zeit wird quasi von den wahren Fans abgezogen oder für die wahre Fans abgezogen und ich hab mir gesagt die Leute die mich wirklich supporten unterstützen die ähm für mich da sind für die will ich auch da sein das ist für mich die Gamescom Mittwoch ist für mich der Business Tag da braucht ihr mich gar nicht ansprechen oder so aber ab Donnerstag bin ich nur für euch da ich hab keine äh großartigen Termine ähm hab keine großartigen Verpflichtungen bisher noch nicht ich werde mal gucken vielleicht ein zwei Sachen reinzuholen aber nicht wirklich vieles weil ich wirklich nur für euch da sein möchte und äh ja euch ermöglichen ich möchte mich zu treffen euch mit mir zu unterhalten könnt mir Mikrofone in die Kamera halten äh unter meine Nase halten dass ich für euch was weiß ich keine Ahnung Interviews gebe wie ihr wollt ich bin ich gehöre euch so auch geil Commander Krieger spielst du eigentlich CSGO nein und was hältst du davon dass Gaming abgeschaffen wird von Steam her ich glaube es ist wirklich eindämmen kann man das gar nicht mehr wie tief bist du schon mal getaucht äh ähm 30 Meter war das tiefste was wir hatten oder 32 ja 32 und äh wie tief willst du mal tauchen die 100 Meter machen wir voll gibt es einen Grund wieso Elder Tricks ab und an schlechte Witze über dich macht oder macht er das einfach so spaßhalber ähm wenn ich einen schlechten Witz über dich mache ist das Spaß du entscheidest das glaube ich oder ähm wie gesagt ich kann nur das sagen was ich auch in meinem Stream dazu sage ich sehe es nicht als Spaß an ich sage nur von meiner Seite aus ich halt distanziere mich bewusst von Elder Tricks weil ich einfach seine Art mir gegenüber respektlos finde das habe ich das habe ich ihm auch gesagt das habe ich ihm auch beschrieben und äh ja bumm wie hoch schätzt du die Chance neuer YouTuber gerade im Let's Play Bereich ein sich am Recht über vollen Markt noch zu etablieren ähm wenn du was ganz besonderes machst wenn du dich von den ganzen anderen Let's Playern abhebst hast du eine sehr gute Chance was ähm zu schaffen du musst dir allerdings vorstellen wenn du jetzt das machst was alle machen dann ist es recht schwierig wenn du das ein bisschen besonders aufziehst wenn du irgendwie eine Idee hast ähm wenn du was Innovatives machst dann hast du die Möglichkeit recht krass durchzustarten schau dir Mimi an beispielsweise der ist vom YouTuber anschreien jetzt hin zu diesen äh Parodie Videos gegangen hat damit einen sehr geilen Erfolg ich feiere den über krass ähm die Videos sind mega aufwendig und es funktioniert gut ist jetzt kein Let's Play Let's Play ist natürlich sicherlich ein bisschen schwieriger aber wenn du die richtige mega bomben Idee hast hast du die Möglichkeit allerdings solltest du nicht mit diesem Gedanken äh anfangen denn die Wahrscheinlichkeit dass das ist ist sehr gering sind wir mal ehrlich ähm das ist genauso wie wahrscheinlich ist es dass du ähm bald bei Real Madrid spielen wirst wenn du hast Talent hast wenn du die Fähigkeiten hast die Mittel und zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige zeigst dann hast du die Chance genauso ist es in einer gewissen Art und Weise auf YouTube auch zwar nicht in dieser Dimension aber ich sag mal ansatzweise ähm ja wie soll ich sagen leicht 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 extrem leicht vergleichbar wenn du weißt was ich meine ähm aber dieser dieser Gedanke ich will mich an diesem Markt etablieren das heißt du willst was weiß ich keine Ahnung eine gewisse Abonnentenzahl haben eine gewisse Aufrufzahl und äh das zeigt für meinen Geschmack schon dass die Intention mit der du YouTube betreibst eine andere ist ähm als beispielsweise meine ob ich jetzt negative Abonnenten mache ob ich positive Abonnenten mache das interessiert mich nicht mich interessiert dass die Leute die meine Videos schauen Spaß daran haben dass ich denen was mitgebe dass ich deren Zeit in der sie dieses Video schauen bereichere und nicht dass ich sage ey wie kriege ich neue Abos wie kriege ich mehr Aufrufe das ist mir scheißegal das ist mal mein Gedanke ist ich möchte die Leute die meine Videos feiern die möchte ich unterhalten denen möchte ich was mit auf den Weg geben die möchte ich erreichen die möchte ich berühren so das das ist mein ähm mein Antrieb und nicht irgendwie wie was weiß ich kriege ich jetzt auf das Video die meisten Aufrufe und ähm wie zwirfel ich durch keine Ahnung das brauche ich nicht was hälst du eigentlich von Jero damals schizophrenic blog habe ich nie verfolgt sorry ist nicht mein Humor ist nicht mein ähm dem paar wo ich sage boah das muss ich jetzt sehen das bereichert mein Leben oder unterhält oder unterhält mich was hältst du von diesem ganzen man sollte am besten das und jenes nicht essen nur veganes und so weiter von Experten empfohlen wenn es danach geht dürfte ich eigentlich glaube ich gar nichts mehr machen das hier ist krebserregend das hier was habe ich jetzt irgendwie was war das wir haben heute ich habe gestern Abend war ich bei Freunden und wir haben einen Spieleabend gemacht und die Mädels haben so Pizza selbst gemacht und dann hieß das Krieger was willst du und dann so haben wir alles möglich und sag ich so Salami ja die Salami packen wir jetzt drauf weil wenn wir die mitpacken ist die krebserregend ja also grundsätzlich jeder Körper wird irgendwann krebs bekommen die Frage ist nur erleben wir es noch oder nicht aber es schmeckt halt geiler mitgebacken muss man mal ganz ehrlich sagen und du kriegst von so vielen Sachen kriegst du krebs und was weiß ich Fußpilz und hast nicht gesehen wenn es danach geht müsste mein Opa tot sein und das schon seit 50 Jahren das ist keine Ahnung wenn irgendeiner sagt deine Zeit ist gekommen dann ist das so und das nicht weil ich jetzt irgendwie was weiß ich keine Ahnung mich vegan ernährt habe oder so ich habe nichts gegen Veganer die können essen was wollen solange sie mir nicht aufzwingen was ich was ich esse ist alles super und ich bin jetzt keiner der sagt boah hier aber Hauptsache Massentier Alter mit so einen scheiß gedönst nee das nicht aber ich esse das auf das ich Bock habe meine ganzen Vorfahren haben dich nicht umsonst an die spitze Nahrungskette gekämpft damit ich jetzt irgendwie an der Hecke rumknabber gut wer Bock auf Hecke hat kann an der Hecke knabbern ich will ein Stück Fleisch gutblutig Auernente liebe Grüße erstmal an dieser Stelle trinkst du dieses Jahr ein Bierchen auf der Gamescom mit mit Puster und mir versprochen ein Bierchen ist drin aber nicht mehr weil ich werde noch fahren wie findest du eigentlich das Interview zwischen LeFloid und Frau Merkel vom letzten Jahr also erstmal ich fand es ziemlich krass dass ein YouTuber das geschafft hat dafür ziehe ich meinen Hut ich finde es krass dass ein YouTuber so viel Einfluss hat dass ein Interview überhaupt stattfindet gegeben wird wenn man sich mal anschaut wie andere Staatsoberhäupter gefeiert werden nehmen wir mal die Queen die Engländer grülen ihre Nationalhymne raus und feiern die Frau bis zum Gethnemeer die Russen holigen ihren Jungen der der Barack der wird gefeiert bis zum Gethnemeer okay von den meisten gut Erdogan lassen wir jetzt mal raus viele Staatsoberhäupter werden immens krass gefeiert so unsere Angie nicht gut ich muss ehrlich sagen ich halte mich ja eigentlich was so das Thema Politik angeht meistens raus ich muss aber sagen was die Merkel dieses Jahr abbekommen hat also was für Entscheidungen sie alle treffen musste da hatten wenige vor ihr so mit zu kämpfen muss ich ganz ehrlich sagen und dass dann ein YouTuber die Chance kriegt ihr Interview Fragen zu stellen ich meine sagen wir mal ganz ehrlich die hat so viel wichtige Sachen um die Ohren das wird nicht so ablaufen wir gehen mal spontan hin und hey Frau Merkel was haben sie heute für eine Buch an und warum machen sie mal diese Handbewegung und so ich glaube da stellen sich viele junge Leute viel zu simpel vor das ist so auf einem hohen Niveau auf so einer krassen Ebene wo alles vorbereitet ist bis ins kleinste Teil und wo die Fragen einfach vorbereitet werden und ich habe mir das Interview angeschaut zieh vor Floyd meinen Hut dass er das erreicht hat muss aber auch sagen ich habe nicht großartig jetzt was anderes erwartet einfach aus dem Grunde wie soll ich es am besten beschreiben dass es kein 8 Stunden Polit-Talk wird die Fragen die LeFloyd gestellt hat die wurden einfach abgearbeitet was ich ziemlich traurig fand war einfach die geistige Reife der Zuschauer die irgendwie was anderes erwartet haben nach dem Motto dass die Frau Merkel da jetzt megamäßig krass ins Detail geht etc. Und was ich ziemlich heftig fand ist dass sie enorm krass darauf abgezielt haben über die Cannabis Frage es waren viele Fragen und viele Antworten dabei interessant war aber in den Kommentaren wurde sich enorm über das Cannabis Thema aufgeregt dass die Merkel das so abgespeist hat wo ich mir so denke wenn ihr dort wärt ihr wird euch in die Hose kacken und habt jetzt in den Kommentaren wieder die große Fresse also ich hab dann auch das Video gesehen bei Lanz wo es dann hieß dass er so ein bisschen wo er sagt ich bin nur benutzt worden kann ich auch nachvollziehen definitiv das ist halt so das kommt halt mit der Reichweite in einer gewissen Art und Weise dass halt da das Ganze so ein bisschen benutzt führt sag ich mal so in welchen Ländern bist du schon gewesen und in welche Länder möchtest du noch reisen also lernst best of ich muss mal dazu so ein kleines Special machen weil wenn ich jetzt hier die ganzen Länder aufzählen müsste ich kann einfach mal meinen Reisepass nehmen und kann euch sagen wo ich hier meinen Reisepass und kann euch seit wann ist der seit 2011 existiert er wo ich seitdem überall war wenn das geht so was haben wir denn hier republikanische dominikanische republik dann was haben wir hier was soll das denn für einer sein Zypern ah wobei ich habe hier glaube ich die falsche Seite nee Zypern dann amerika dann was ist was denn tunesien jamaika amerika dominikanische republik kuba amerika malediven vereinigte arabische emirate was bist du thailand so dann irgendeine dumme ratze von irgendeinem scheiß einwander dings hat mir hier hinten einen stempel reingemacht amerika mexico was 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 war das oh irgendeine scheiße kannst du nicht lesen ja island schottland ja das waren so jetzt seit 2011 länder in denen ich war und alle wenn ich jetzt alle alle länder aufzählen muss das würde definitiv jetzt hier den rahmen sprengen weil ich habe schon eine menge gesehen ich will auch noch eine menge sehen kann ich echt mal machen das muss ich aber ein bisschen ausarbeiten und ein bisschen rausfiltern muss ich mir mal gucken so eine art google maps karte holen und euch mal so bestimmte punkte zeigen wo ich schon war was ich besonders cool fand ja und in welche länder möchte ich noch reisen gerade jetzt mit dem tauchen sind enorm viele neue länder aufgekommen bahamas wo man halt mit bullenhain tigerhain tauchen kann madagaskar ägypten was einfach eine traumhafte unterwasserwelt bietet australien great barrier reef indonesien bali so die ecke ähm was was denke ich mal ziemlich cool sein sein kann ähm und mein absoluter traum sind die fidschi inseln wo ich mal hin möchte also fidschi ist glaube ich so das das höchste wo ich wo ich mal hin möchte falls du ab und zu mal ein oder zwei bierchen trinkst was ist dein lieblingsbier äh füchschen alt ist so mein lieblingsbier aber ich hab auch kein problem mit was weiß ich keine ahnung hier so einem kinderspanischen bier so ein desperados oder corona äh das geht ähm flensburger geht klar hier ja Astra geht auch dann Nuba Vers schönen guten Tag äh wie filterst du Menschen raus die nur wegen deinem Erfolg nett zu dir sind und sich an dich heften das ist echt schwierig also es gab schon mehrmals Leute ähm die das die das versuchen was ähm ja auch wo ich wo ich ordentlich ausgenutzt worden bin also es gab gab da schon mehrere Personen ähm was man halt immer so nachher raus findet man kriegt dann halt auch so gewisse Nachrichten so hey hör mal zu ich hab da wieder was irgendwie in der Pipeline ähm lass mal was hier zusammen machen lass mal dieses machen ähm fragen aber einen gar nicht irgendwie wie es geht ich hab jetzt vor kurzem einen Anruf bekommen ähm anstatt ich hab mit der Person boah wie lange hab ich mit keinen Kontakt mehr gehabt ein halbes Jahr drei vier Jahr und direkt so hey Krieger lass mal das und dieses machen ich will hier das machen das machen kein wie geht's dir wie war deine Zeit irgendwie was hast du Neues gemacht was gibt's Neues irgendwie überhaupt nicht sondern direkt irgendwie zur Sache gut ich hab damit grundsätzlich kein Problem ähm wenn der Kontakt in einer gewissen Art und Weise aufrechterhalten bleibt wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem besten Freund quatsche ähm mit Chris beispielsweise da weiß ich wenn ich den frage treffen wir uns alles klar und dann kommt man automatisch zum Thema und man quatscht drüber und der würde niemals so direkt auf den ersten ähm ja wie soll ich sagen auf die ersten äh Schritte dahin gehen grundsätzlich kann man es natürlich nie wissen ich kann einem Menschen auch nur vor den Kopf gucken ich hab ja jetzt meine meine Kamera verkaufen wollen und da waren einige Spastis bei die mir enorm viel Zeit geraubt haben die einfach nur ähm mit mir in Kontakt treten wollten die mich was weiß ich im PSNN wollten die meine Handynummer rauskriegen wollten äh irgendwie so mit mir Kontakt zu haben die aber letztendlich gar nicht an der Kamera interessiert waren das sind halt äh ja irgendwann zeigt sich das wahre Ich eines Menschen meiner Meinung nach also auf Dauer so lange kann man sich nicht verstellen und ähm ich bin da auch nicht großartig sauer ich versuche so schnell wie möglich dann diese diese Person aus meinem Leben raus zu haben weil hält mich nur auf ja ich hoffe ich habe die Frage für dich vernünftig beantwortet ähm wie stehst du zu den Jungs aus deinem EA Interview also ganz ehrlich man muss ja ganz auch mal auch mal sagen gut ich mache Werbung für MMOGA für einen Keystore für einen äh Keyshop und äh die Politik von Electronic Arts ist klar dass sie das nicht gut finden ähm trotzdem finde ich es sehr geil dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert dass man sagt ey pass auf ich feiere Battlefield 1 lass mal hier einen kleinen Talk machen ähm ich habe was davon dass ich euch was bieten kann die haben was davon dass sie Werbung für ihr Spiel bekommen äh haben vielleicht auch selber Bock drauf die Community freut sich darüber und äh das finde ich geil das finde ich schön und ähm wie stehe ich zu den Jungs ich schätze die ich habe persönlichen Kontakt ich habe von denen die Handynummern ähm man versteht sich sehr gut gut dass ich halt Werbung für einen Keystop mache das ist auch klar weil EA kann mir gerne die Summe zahlen die MMOGA mir bezahlt dann schreibe ich da EA hin ähm anstatt MMOGA ähm G2A nicht mehr die haben verschissen den Laden möchte ich nicht mehr in meiner Videobeschreibung sehen ähm das zum Thema da kann sich nicht jeder einkaufen also nur die coolen auch geil Thema Politik was hältst du von AfD und NPD meiner Meinung nach sollten die gestrichen werden trotz Meinungsfreiheit du widersprichst dir enorm selber aber das ist ein Thema da möchte ich jetzt hier äh nicht drauf eingehen also so krass in die Politik möchte ich jetzt nicht weil ähm das nicht zu meinem Kanal und zu meiner Kanalphilosophie gehört so ich habe seit 20 Tagen keine mehr geraucht und das bleibt auch so was war das erste was sich an deinem Körper geändert hat an meinem Körper der Geruchssinn also wenn du morgens aufgestanden bist dass du wieder deine Pisse gerochen hast das war das erste was sich geändert hat ähm danach kam der Geschmacksinn ja abgesehen von der Sucht also ich habe die Suchtheil häufig gespürt oder beziehungsweise die Gewohnheit so dieses oh ich werde deine rauchen und immer noch Rauchfall seit dem 14.11. 2014 durch Hypnose und wenn ihr euch jetzt fragt hä Hypnose ja es hat bei mir funktioniert hat mich ich glaube 180 190 Euro gekostet irgendwie sowas hat drei Stunden gedauert war in Düsseldorf ähm ich bin der Frau wirklich so mega dankbar ich habe sie schon ich glaube dreimal angerufen nachdem habe gesagt so hey hören sie mal ähm ich bin immer noch Rauchfrei vielen lieben Dank äh kein Verlangen mehr nichts mehr und dann kriege ich immer so oh schön es haben sich auch ein paar äh wegen ihrem Video gemeldet und freut mich und kann ich noch was für sie tun ne alles super ja super also wenn ihr euch dafür interessiert Hypnosecenter Bindestrich Düsseldorf mit ue geschrieben .de das ist die Frau Klettke ähm die hat mir als jahrelang Raucher das Rauchen abgewöhnt ich habe 18 Jahre geraucht habe zu meiner Spitzenzeit ein bisschen mehr als eine Bigbox geraucht ich würde sagen so 30 manchmal 35 Zigaretten am Tag und von heute auf morgen habe ich aufgehört zu rauchen ich habe sogar immer noch in meinem Auto die Packung Zigaretten die ich seitdem nicht mehr angepackt habe symbolisch in der Mittelarmkonsole gibt es eine weibliche YouTuberin die du extrem sympathisch findest ja gibt es gibt es sogar mehr als nur eine also wir fallen jetzt wir fallen jetzt drei ein wo ich sage huiuiuiuiuiuiui aber ein Gentleman genießt und schweigt weil wenn ich euch jetzt sage es ist die und die dann rennt ihr alle da hin ja guck mal der Krieger nö sowas macht man nicht vielleicht wird sich da irgendwann mal eine Kommunikation oder mehr geben aber äh finde ich auch nicht schlimm aber auf jeden Fall äh drei finde ich extrem sympathisch und alle haben unter 100.000 Abonnenten also ihr braucht jetzt nicht irgendwie jetzt großartig irgendwie raten es ist die es ist die es ist die was ist dein absolutes Lieblingskanal Lieblingsformat auf deinem Kanal beziehungsweise wie es produzierst du am liebsten ich spiele gerne twice ohne Scheiß das macht mir eine Menge Spaß wobei ich muss sagen ähm mein Senf gefällt mir auch mittlerweile sehr gut wie würde deine All-Time Starting Five der NBA aussehen gerne auch mit Backups Peace out NBA meine Starting Five ähm Aufbauspieler John Stockton ich kann ihn zwar nicht wirklich leiden ähm ist er aber für mich mit einer der besten Aufbauspieler aller Zeiten Alternativ Chris Paul auf der Zwo packe ich Michael Jordan muss ich Michael Jordan packen auf der Drei auch wenn ich ihn wirklich nicht leiden kann ähm muss LeBron James hin auf der Vier boah die Vier ist für mich schwer ich habe erst überlegt einen Dirk Nowitzki aber ich brauche einen mit mehr Bums ich hätte jetzt erst so an einen äh Mars Doudemeyer gedacht so aus den aus den alten Zeiten aber der war so verletzungs anfällig ähm wen packen wir denn auf die Vier wen packen wir auf die Vier ich habe auch gerade überlegt auf die Drei Larry Bird zu packen wen packen wir auf die Vier ich fand ja Sean Camp früher schon ziemlich cool hat er aber leider so ein bisschen äh so ein bisschen diesbezüglich nachgelassen ich bin auch momentan gar nicht so im Thema drin vier war nie irgendwie für mich so interessant wo ich jetzt ich habe jetzt gerade echt ein paar Probleme wenn ihr mir Namen schreibt denke ich so oh alter wieso bin ich nicht auf die Scheiße gekommen aber vier ist für mich gerade schwer und auf die fünf einfach mein Liebling Alonzo Morning ist zwar jetzt zwar nicht der beste Center hätte ich dann eher einen Chamberlain nehmen müssen aber ähm einfach weil ich den den Typen enorm gefeiert habe meine letzte Frage bevor ich dir eine gute Zeit in Thailand wünsche hast du Vorbilder ähm jetzt YouTube gesehen oder im realen Leben gesehen muss ich echt überlegen also momentan ähm einer meiner Vorbilder war mein Opa mein Großvater der verstorben ist ähm jetzt wirklich ein Vorbild wo ich sage boah da schaue ich hoch bewundere ich und strebe ich nach nein habe ich nicht mehr ich hatte eine Menge Vorbilder diesbezüglich aber mein Direktor war für mich zum Beispiel auch immer ein Vorbild ja aber jetzt wo ich wirklich drüber nachdenke so ein richtiges Vorbild mittlerweile jetzt just at the moment ne ne da tut mir leid da habe ich jetzt hier äh habe ich nichts wo siehst du COD in zwei Jahren und Battlefield in zwei Jahren COD wird jetzt die große Remastered Serie starten Mono Warfare 1 remastered äh MW2 remastered ähm World at War remastered und ich glaube und ich glaube dass COD in den Vietnam Bereich gehen wird das glaube ich so in zwei Jahren dass sie so ein Vietnam Shooter rauszwirbeln zweiter Weltkrieg glaube ich nicht also die werden auf jeden Fall wieder zurück in die Vergangenheit rudern und irgendwie so einen Zwischenfall irgendwie reinballern ähm und Battlefield baut glaube ich so auf 1 auf ich glaube die lassen sich jetzt ein bisschen mehr Zeit findest du es lohnt sich einen SCUF Controller zu kaufen für das Geld beziehungsweise die Wartezeit also einen SCUF habe ich nicht ich habe einen Burn Controller also sprich einen modifizierten Controller wenn jetzt Leute jetzt so hängen so hä SCUF ist nur die Marke SCUF ist wie Tempo ähm jedes Tempo ist ein Taschentuch aber nicht jedes Taschentuch ist ein Tempo ich habe die halt wie gesagt von Burn und es kommt drauf an wie sich COD entwickelt jetzt stell dir mal vor diese diese Sprünge bringen nichts mehr dann brauchst du keinen modifizierten Controller mehr welcher deutsche YouTuber spricht deiner Meinung nach am meisten Tachelos und Realtalk außer dir selbst es sind momentan viele also Unge hat letztens im Stream ein bisschen seine Meinung geäußert Hand of Blood beim Webvideopreis äh Monte macht es ja auch gerne mal ähm Solution sagt auch uns auch gerne mal ein bisschen was ähm es sind einige ich verfolge aber auch nicht alle die sagen können uiuiui uiuiuiui so dann gucken wir nochmal unter dem Video ob da noch irgendwas ist wünsche dir alles gute und hoffe dass alles glatt abläuft das hoffe ich auch zockst du gleich noch was im Stream oder machst du nur Fragsikä ich mach nur Fragsikä wann kommen wieder Black Stories ich hab sie hier schon liegen ich hab sogar schon ich pass auf es ist mega unordentlich aber ich zeig's euch da sind die Black Stories also ich bin schon am schnubbeln wie findest du Dragon Ball hab ich nichts mehr zu tun Anime es interessiert mich nicht schön aufstehen und Krieger ist live netter Morgen Hot O schöne Grüße ich glaub du bist immer noch in Prag liebe Grüße an dich Japan ist auch geil zum Tauchen ja aber Japan interessiert mich also ich muss sagen dass mich der asiatische Raum eigentlich gar nicht so dermaßen interessiert also ich mag die asiatische Mentalität nicht so wirklich wenn du an der Straße stehst an der Ampel Ampel ist rot Asiate steht neben dir und du denkst ich hab kurz vor meinem Fuß und der guckt dich an und grinst und geht rüber und du denkst so Alter Respekt erst mal schön vor die Füße gerotzt gut ist also ich muss sagen auch wenn ich jetzt nach Thailand schon das zweite Mal jetzt reise ähm das mach ich eigentlich nur wegen Massive wenn Massive nicht in Thailand leben würde glaub ich nicht dass ich nach Thailand reisen würde jetzt ein zweites Mal ich war da hab's gesehen gut ähm und es ist jetzt wirklich so ich verstehe mich mit Massive Bombe äh ich verstehe mich mit Massive Bombe ähm wir sind so auf der gleichen Wellenlänge ich habe die Möglichkeit dort ähm ja zu tauchen was auf jeden Fall sicherlich schöner ist als äh so viele andere Ecken von Thailand ähm man muss auch sagen klar ich spare mir einen gewaltigen Batzen an Kohle für eine Unterkunft äh was auch cool ist das Essen ist ganz in Ordnung da also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her das geht klar aber ähm ansonsten die Natur finde ich ganz geil er hat ja schon gesagt dass hinterm Haus so ein bisschen Dschungel ist in dem auch Kobras und so leben können mal gespannt ne vielleicht äh gibt's mal Schlangen-Ragu so Alter weißt du was Uhrzeit hier ist Mr. Quadaha ja weißt du was Uhrzeit hier ist ich bin ja auch noch hier der frühe Vogel kann mich mal kommst grad von Pokémon Jagen und dann weißt du was du warum schreibst du den überhaupt von 49 Minuten dann runter bapa 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 bada guten Morgen Surf Bro hast du äh oder wirst du jetzt ein Unterwassergehäuse für deine Sony kaufen also noch mal die Sony da ist das Ding so ähm wenn man jetzt für diese Kamera ich kann jetzt auch hier das Ding ab, kann ich abmachen. Wenn ich jetzt für die Kamera ein Unterwasser-Gehäuse kaufe, das muss halt einen gewissen Druck aushalten, erster Punkt. Dafür darf keine Luft in dem Gehäuse sein. Dafür gibt es so eine Vakuum-Pumpe, mit der du das rausziehen kannst. Für diese Kamera kostet das Teil halt 1500 Euro. Die Kamera an sich hat jetzt zwei Zweige kostet, hier mit zeige ich es objektiv. Es ist auf jeden Fall schon echt Bombe. Aber das Unterwasser-Gehäuse hole ich mir erst. Frühestens, wenn ich meiner Meinung nach genug Erfahrung habe beim Tauchen. Momentan, muss ich ehrlich sagen, lerne ich noch zu viel um das Gerät vernünftig nutzen zu können. So, der Lance schreibt unter meinem Video tanzverbot.de Sehr schön. Wie ist es in Tunesien? Oder wie war es in Tunesien? Tunesien war eigentlich recht öde. Dadurch, dass es in dem Land nicht gerade so sicher war, waren wir eigentlich nur in der Anlage. und es war schön heiß. Das war geil. Wassertemperatur war auch in Ordnung. Was glaubst du, wie entwickelt sich YouTube? Ich meine, die Tendenz zeigt es ja. Wenn du dir die Trends anschaust, du siehst nur eine rote Schrift, Prank, Fail, äh, was haben wir noch? Prank, Fail, was war denn das andere? Die andere Scheiße. Wage, Prank, Fail, waren die andere Scheiße. Also, es ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ich mir die, die Thumbnails anschaue, in den YouTube Trends, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Problem ist, viele meckern so rum, so, ey, warum tut YouTube nichts dagegen? YouTube freut sich doch drüber. YouTube freut sich doch drüber. Die kriegen eine Menge Aufrufe und, äh, ja. Also, sie sind glücklich. Warum sollten die was ändern? Das ist so, keine Ahnung. Ich meine, alleine schon die Titel, es muss immer das heftigste, der heftigste Titel her. Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, ich, ich bin davon überflutet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin davon, das ist wie so eine Reizüberflutung. Wie ich diese ganzen bunten Thumbnails sehe, dann hier noch irgendwie, da noch eine Lupe, da noch ein Pfeil, da noch ein Strich, da noch hier irgendwie eine rote Schrift. Äh, keine Ahnung. Ich habe, wie viele Leute habe ich abonniert? Wenn ich das so sehe, muss ich mal einen Sirius deaktivieren, weil der einfach meine Abo-Box zuspammt. Ich habe, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, welches Muster habt ihr? Habt ihr Raster oder habt ihr Liste? In der Abo-Box. Wenn ich Liste habe, werden mir 2, 4, 6, 7 Videos angezeigt. Wenn ich Raster habe, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 33 Videos. Und dann sehe ich direkt so, das, da habe ich Bock drauf, das habe ich schon gesehen. Oder, nee, lass mal. Und das ist einfach, bäh. Gehen wir mal auf die Startseite. Was ich auch ziemlich schade finde, dass YouTube einem nicht mal vernünftige neue Vorschläge gibt, sondern, dass YouTube sich immer an dem orientiert, was man sich so ein bisschen angeschaut hat. Wenn man sich was, was ich von einem YouTuber 2 Videos anschaut, dann wird der so dermaßen zugespampt, bis zum Gehtner mehr. So, kein Wunder, dass ich so wenig Aufrufe mache, wenn ich dann nirgendwo mehr erscheine. Das heißt, ihr müsst jetzt hingehen und müsst jetzt anderen Leuten sagen, ey, guck dir mal hier das Video vom Krieger an und das Video. Welches findest du besser? So, dann schauen die zwei Videos von mir und dann werde ich auch wieder häufiger angezeigt. Und dann kriege ich auch mehr Klicks. Kommt noch mal was zur Tour de Twides Fusion? Ne. Also, ein Bro hat keinen Bock mehr drauf, ein Despen hat keinen Bock mehr drauf, ein Lars hat keinen Bock mehr drauf, eine Schlange könnte man, glaube ich, überreden, ein Niggis könnte man überreden, ein Cresigno könnte man überreden, ein Robert hätte Bock drauf, ich hätte Bock drauf. Das Problem ist aber, dass die unterstätigten Skill-Level zu verschieden sind. Schau dir heute, um 10 Uhr kommt eine Twides-Folge, schau dir das Ganze mal an, da haben wir so ein bisschen drüber geredet, glaube ich. Ich glaube, das kommt heute. Hast du früher Masters of the Universe gespielt? Klar. Letzte Frage, hattest du im Erwachsenenleben mal eine körperliche Auseinandersetzung gehabt, in dem du extrem Respekt vor dem Gegner hattest? Grundsätzlich bei jeder Auseinandersetzung hatte ich Respekt vor dem Gegner. Ich habe nie keinen Respekt. Ich glaube, wenn du keinen Respekt hast, hast du ein ernsthaftes Problem. Können wir mal eine Runde FIFA zocken, Herr Krieger, auf der 360er Xbox? Nee. Weil erstens habe ich keine 360 mehr. Ich habe zwar eine Xbox One hier in der Schublade, aber die ist da in der Schublade, weil sie mich nicht interessiert. Weiß ich das für eine Frage. Wie schätzt du deine freundschaftliche Beziehung zu Monte, Solution und Hadi ein? Beziehungsweise was bedeuten sie dir? Also mit Hadi habe ich grundsätzlich am wenigsten Kontakt. Wir verstehen uns gut, aber einfach dadurch, dass wir halt A, zu weit auseinander sind, dadurch, dass wir auch in einer gewissen Art und Weise verschiedenen Content produzieren. Gut, wir haben jetzt die eine Übereinstimmung mit Mario Kart. Das war ganz cool. Habe ja auch kein Problem, gerne weiterzumachen. Ich komme mit Hadi gut klar. Mit Monte ebenfalls. Aber am meisten schätze ich den Danny, weil ich halt den Danny jetzt auch schon seit, ja, fünfeinhalb Jahre lang kenne. Und da so ein bisschen mehr hinter steckt. Also mit Danny habe ich ja auch in letzter Zeit jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun. Und in einer gewissen Art und Weise liebe ich ihn Danny einfach für seine Art. Ich finde auch seine Entwicklung genial. Also, wie gesagt, ich kenne Danny halt noch aus etwas jüngeren Jahren, wo der Kerl so dermaßen Flausen im Kopf hatte und so abwürsche Ideen hatte, wo der reinkam. Wir waren mit Fössl irgendwie in das Skype-Konfig ziehen, den Danny rein. Da kam einfach nur, in Skype kam einfach nur so ein Ping von Danny. Da stand einfach nur Call. Da haben wir ihn mit reingezogen und gesagt, ey, komm, ich habe die Idee. Und da hat er da als Schoten rausgerissen. Einfach schön. Aber wie schätzt du deine freundschaftliche Beziehung ein? Mit Hadi, man versteht sich, man schätzt sich. Aber es ist jetzt nicht eine große Freundschaft. Weil einfach dafür der Kontakt viel zu wenig ist. Eine Freundschaft kann nur entstehen, wenn man miteinander, ich sage mal, Zeit verbringt. Wenn man die Stärken und Schwächen des Gegenübers kennenlernt. Und selbst da würde ich sagen, kenne ich Monte noch nicht mal gut genug. Monte ist zwar ein Kumpel, aber ich sage bewusst Kumpel, weil für einen Freund, ich kenne Montes Stärken und Schwächen so krass nicht. Man hat sich oft unterhalten, aber da kenne ich den Danny wesentlich mehr. Und das sehe ich halt so ein bisschen. Hinzu kommt, dass man auch durch schwierige Situationen geht. Das heißt, wenn man ein Problem hat, dass man miteinander redet, darüber redet, etc. Da hat Monte jemand anderen oder andere Vertrauenspersonen und ich, was jetzt nicht abwertet ist, aber was einfach aufklärend sein soll. Warum beginnst du nicht mit dem Clickbait? Würde dir sicher viel mehr Klicks geben. Ja, aber es gibt mir Aufrufe, die ich nicht haben möchte. Wir spulen nochmal so eine anderthalb, zwei Stunden zurück. Da habe ich was von einem Haufen Scheiße und Milliarden Fliegen erzählt. Ich will diese Milliarden Fliegen nicht haben. Ich bin dankbar, dass ich, wenn ich durch die Stadt gehe, durch die Stadt fahre, ich werde erkannt, aber es hält sich noch in einer gewissen Art und Grenze. Ich weiß, vorgestern waren wir im Kino in Independence Day. Wir fahren nach Hause, hat das Fenster runter, fährt einer neben mir. Ey, Krieger! Ich fahre in die Tankstelle. Na, Herr Krieger? Tanken heute hier? Ich gehe, was weiß ich, hole eine Freundin ab. Wir gehen heute zum Spieleabend. Ja, Herr Krieger, können wir ein Foto machen? So, ich werde oft genug erkannt. Also, es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich irgendwie draußen rumrenne, wo ich nicht erkannt werde. Wenn ich diesen Hype hätte, wäre es noch krasser. Und dann müsste ich viel mehr im Ausland sein, Freunde. Ich habe damit kein Problem. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich möchte mit Würde Videos haben und nicht irgendwie, ne, einfach auf Däufe komm raus. Wie findest du Battlefield 1? Ein geiles Spiel. Was ist deiner Meinung nach die beste Konsole? Die beste Konsole ist die Konsole, auf der die meisten deiner Freunde spielen, auf die du auch selber Bock hast. Wenn du jetzt hier irgendwie Bock hast, irgendwie ein, äh, ein Konsolenkrieg-Beef anzustarten, ohne Scheiß. Wenn ihr meint, die Xbox One ist für euch die beste Konsole, dann spielt auf der Xbox One. Wenn ihr denkt, ähm, die, was weiß ich, die PS3 ist die beste Konsole, spielt auf der PS3 oder die Wii U. Macht das, auf die ihr Bock habt. Willst du dir einen langen Bart wachsen lassen für Thailand? Naja, ich meine, der hat ja schon eine gewisse, äh, eine gewisse Grundlänge hier, ne? Kommt mal langsam. Aber ich glaube, ich werde den heute mal, ähm, heute geht mal ein bisschen weg. Was sagt ihr denn? Sagt ihr Bart ab oder Bart dran? Schreibt es mir mal, äh, auf Twitter. Jetzt. Jetzt live. Schreibt mir Bart ab oder Bart dran oder nur stutzen. Bart ab, Bart dran, Bart stutzen. Bart dran heißt natürlich, dass er noch länger wird, ne? Wobei ich glaube, ein bisschen gestutzt werden muss der, einfach damit so ein bisschen Form wieder reinkommt. Und mein Bartöl ist, äh, alle. Ja, Bartöl, liebe Freunde. So. Dann muss ich jetzt mal hier die nächste Frage vorlesen. Äh, b-b-b-b-b-b. Was haben wir denn hier? Ja. Ja. Die hatten wir schon. Mhm. Du hast mal vor Ewigkeiten gesagt, dass du Sniper Elite spielen würdest. Hab davon leider nichts mitbekommen. Hast du's gespielt? Ich hab's mal kurz angespielt, aber hab mich nicht wirklich umgehauen. Heavy Rain war mit Abstand das beste Let's Play. und ich hoffe, Holmes geht noch lange weiter. Also, du wirst auf jeden Fall, ich glaub, bis zum Sekunden, jetzt muss ich mal eben kurz, äh, schauen, wie viel Sherlock Holmes Folgen ich noch habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 18. Also bis zum 8. Juli kriegst du auf jeden Fall Sherlock Holmes täglich. Mhm. 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 Dankeschön, Luis, für deinen Kommentar. Freut mich. Oh, was schreibt er jetzt? Weg mit dem Bart, Bartstutzen. Bart ab, bitte. Einer schreibt Bart dran. Können wir mal eine Umfrage machen? Komm, ich mach mal auf Twitter eine Umfrage. Wozu haben wir die scheiß Umfragefunktion? Weißt du, jetzt hier können die Mädels mal antworten. Da kommen sie hin. Bart ab, Bart stutzen oder Bart Ihr könnt jetzt abstimmen. Ich hab's mal bei Twitter auch aufgemacht, dann schauen wir mal. Was der Barbier damit machen soll. Hier, Nube Fährst. Da hättest du mal antworten können. Das wäre mal eine Antwort gewesen jetzt hier. Da hauen sie direkt wieder alle ab. Bei einer vernünftigen Frage. Würdest du der Community die Wii U empfehlen? Nee. Ach, liebe Freunde, für diejenigen, die jetzt immer noch eingeschaltet haben, ähm, jetzt pass mal auf. Ich habe seit 2011 mache ich Werbung für Amazon. Keine aktive Werbung. Das heißt, in meiner Videobeschreibung sind Links zu Amazon drin. So, der eine oder andere, dem ist der Ganze schon aufgefallen. Erstmal kurz, wie funktioniert Affiliate überhaupt? Für diejenigen, die es nicht wissen. Einfach mal, damit ihr versteht, wie man zum Beispiel so ein bisschen, ähm, vernünftig Geld verdienen kann. Es ist jetzt nicht wirklich viel, äh, beziehungsweise es kann viel sein, aber grundsätzlich, wie man Geld verdienen kann. Es gibt bei Amazon ein sogenanntes, ähm, Partnernetzwerk. Dort kann man sich bewerben und hat dann die Möglichkeit, Amazon Links zu bewerben. Wenn ihr in eine Videobeschreibung von mir schaut, jetzt nicht die vom Hangout, sondern eine andere, dann findet ihr dort zum Beispiel eine Unterkategorie von Egato oder Mein Equipment oder, ähm, alles Mögliche. So. Wenn ihr dort auf so einen Link klickt, die sind auch, äh, markiert mit so einem kleinen Sternchen, dass ihr darauf hingewiesen werdet, dass es sich bei dieser Kampagne um Affiliate-Marketing handelt. So, das, darauf muss man auch hinweisen. So, wenn ihr dann zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal, das, die GoPro, mein Equipment, alle Geräte, die ich nutze, wobei, da muss ich jetzt auch mal die, ähm, die Spiegelreflexkamera ändern. So, aber angenommen, wir nehmen jetzt mal, was nehmen wir mal, wir nehmen die PS4. Ihr klickt auf die Link zur PS4, dann gelangt ihr zu Amazon und seht dort, Playstation 4 Konsole, Ultimate Player, 1TB Edition, 399 Euro. So, ihr seht oben, in dem Link, seht ihr, ganz hinten am Ende, Tag, gleich, www.youtube.02c-21. Das ist meine ID. Technologie. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Playstation kauft, oder irgendetwas anderes, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, ihr kauft euch jetzt ein Buch, ich habe ja natürlich nur gebildete Abonnenten, und nur wirklich hochintelligente Abonnenten, die eine Menge Bücher lesen, und ihr wollt jetzt euren Geiste mit einem weiteren Buch bereichern, was natürlich Standard ist bei euch, dann geht ihr hin und gebt euer Buch ein. Zum Beispiel geht ihr an Steve Orton und sucht dann von dem die Bücher. Und dann seht ihr da zum Beispiel Mac. So, Mac wollt ihr haben, das kostet, was kostet denn drauf hier? In einer gebundenen Ausgabe sogar, 99 Cent. Respekt. So. Oder ihr sagt, ihr nehmt das Taschenbuch. Jetzt bestellt ihr euch dieses Taschenbuch, und das Besondere ist, dadurch, dass ihr über meinen Link etwas bei Amazon eingekauft habt, auch wenn es nicht die PS4 war, bekomme ich dadurch Provision. Allerdings nie mehr als 10 Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt für 5000 Euro Sachen kauft, kriege ich maximal 10 Euro. Das ist halt so eine Grenze bei Amazon. So. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich mache das Ganze seit 2011, glaube ich. Ich glaube, seit 2011 mache ich Werbung für Amazon. Das heißt, seitdem gibt es diese Links in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, etwas bei Amazon zu kaufen, dann habt ihr die Möglichkeit, so mich zu unterstützen. Geht auf einen Link in der Videobeschreibung, scheißegal, welcher Amazon-Link es ist, oder welcher Google-Link, ich habe die mit Google gekürzt, und sagt einfach, hey, ich klicke drauf und dann gebt ihr euren Artikel ein, den ihr haben wollt. Scheiß, egal, welcher Artikel es ist. Hier wird alles gekauft, ohne Scheiß. Was haben wir hier? Vom Smartphone, über Knopfzelle, über Blinkgeber, Benzinhahnunterdruck, Jacken-Jones-Herrent-T-Shirt, römisches Gladiator-Kostüm für Herren, für 49,99. Hat der Bro sich wieder was gegönnt. Star Wars Kenobi-Jedi-Kostüm-Tunika, maßgeschneidert, 105 Euro. Das Lied von Eis und Feuer, die Heeren von Winterfell, für 14,02 Euro. Ich sag doch hier. Das Amanagrab, das Buch der Fünf Ringe, das Fotokammer-Sutra, mhm. Der Herr der Ringe, die Gefährten, drei Bände, der Fürst, der Mann aus dem, ich sag doch meine, meine Abonnenten, die Saat. Die kleine Hexe hat Geburtstag. Oh, so schön. So, ich seh nicht, wer das gekauft hat, ich seh nur, was gekauft worden ist. Da ist alles bei. Knocking, Stricken mit der Häkelnadel, Markus und die Sprache der Signale, dann der Film The Secret, eine Canon CL511-Tintenpatrone, zum Beispiel jetzt hier, nehmen wir mal so eine Tintenpatrone. Wo haben wir sie? Nehmen wir mal eine, äh, 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 Printpatrone ist zu primitiv. Hier, Fritz, AM Fritz WLAN Repeater 310, kostet 24 Euro, ich kriege dadurch 73 Cent Provision. So, was haben wir noch? Biodynamic, MMX 300 Headset, 223 Euro, was kriege ich? 6,72 Euro Provision. Ähm, Elgato, Game Capture, HD, normales Gerät, 126 Euro, was kriege ich an Provision? 7,64 Euro. So, ihr habt gerade mitgekriegt, ein Elgato kostet 120 Euro, ich kriege 7,64 Euro für Amazon dazu. Jetzt, der absolute Knaller. Seit, fünfeinhalb Jahren mache ich Werbung dafür. Fünfeinhalb Jahre. In diesen fünfeinhalb Jahren, hat Amazon, ich sehe es hier in meiner Statistik, einen Umsatz erwirtschaftet, nur durch meine Links von 405.000 Euro. Sekunde. 405.000 Euro wurden durch meine Links verklatscht. Ich will euch das eben zeigen. Sieht man das so? So. Werbekostenerstattung insgesamt 405.000 Euro vom 1. Januar bis 2016. Das heißt, ihr müsst euch das mal vorstellen, was das für eine Zahl ist. Nur durch meine Personen, durch meine Videos, durch meine Links in der Videobeschreibung, hat Amazon 405.000 Euro verdient. In fünf Jahren. was ist das für eine eine verschissene, kranke Zahl? Das sind, ich muss das jetzt mal ausrechnen, von 2011 bis heute, sind insgesamt 2.024 Tage. So. 405.000, was haben wir? 2024. 405.000, 543.000 Euro durch 2024. 2024. Das heißt, jeden Tag, jeden Tag, macht Amazon 200 Euro durch mich. Jeden Tag. Und ich bewerte das noch nicht mehr aktiv. Ich sage jetzt nicht, geht in die Videobeschreibung und kauft, meine Freunde, kauft. Das mache ich nicht. 6.000 Euro im Monat. Und wenn ihr jetzt fragt, wie viel Geld ich davon bekomme, weniger als ein Prozent. Das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. die Ahn-Christine, jetzt kommt ihr Mann-Mädel, ein Mann ohne Bart ist wie ein Himmel ohne Sterne. Dankeschön. Na, ging das? Deshalb wollt ihr, dass ich den Bart abmache. Jeden Monat 6.000 Euro. Nur an Amazon. Das ist Hammer. Das ist echt Hammer. Ich finde es eine mega Zahl. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es echt eine mega krasse Zahl. Warst du schon in Leipzig, als die Gamescom dort war? Nein. Du bist doch ein Konsolengamer oder zockst du auch auf dem Computer oder nutzt ihn nur zum Aufnehmen und Schneiden. Ich habe jetzt Sherlock Holmes darauf gespielt, aber auch, ich bin durch Sherlock Holmes durch den Werbedeal von Alienware dazugekommen. Die erste Episode war halt komplett gebrandet von Alienware und ja. Das ist so. Also ich weiß nicht, wie ihr diese Zahl seht, aber ich finde die Zahl einfach nur ultra sick. bin ich übrigens stolz drauf. Die Leute hätten das bestimmt auch bestellt, ohne auf deinen Link zu klicken. Mag sein, aber sie haben es gemacht. Also vielen lieben Dank an alle, die es gemacht haben. So, Freunde. Ich werde jetzt hier Feierabend machen. Das war ja heute mal ein richtig langer Hangout, ne? Wie lange arbeite ich denn jetzt hier? Zwei Stunden. Da machen wir es knallhart. Ich bin raus. Gut, bis zum nächsten Mal und vielleicht kommt der nächste Hangout irgendwie schön gemütlich von der Terrasse im Urlaub. Tschüss.